Musik Hängen wir da wie so drei Tropfen Wasser in der Kurve? Alles ist aus dem Takt geraten. Das sogenannte Leben, der Biorhythmus, eigentlich die komplette Organisation, die Struktur ist uns abhandengekommen. Nicht nur uns natürlich, sondern im Leben eines jeden Einzelnen laufen die Dinge momentan ein bisschen anders. Bei mir wirkt sich das darauf aus, dass jetzt, wo wir wieder morgens aufzeichnen, was ja eigentlich mein Wunsch ist, weil ich das Gefühl habe, morgens habe ich die Energie noch zum Verschießen frei. Es hat mich noch nichts enttäuscht, noch nichts frustriert, noch nichts gestresst. Das heißt, bevor eigentlich der Tag anfängt, kann man seine komplette Energie, die man eigentlich verteilen sollte auf 24 Stunden, kann man rausschießen in zwei Stunden und danach ist ja egal, wann ist es im Kasten. Das funktioniert nicht mehr richtig, weil ich jetzt morgens einfach ganz normal wieder müde bin wie früher, wie mit 22, weil ich erst um halb drei, Viertel vor drei nachts so leicht müde werde, weil sich alles verschiebt. Kennt ihr das nicht? So ein Faulheits-Jetlag. Naja, so... Quarantäne-Jetlag. Ja, irgendwie so dreht sich das alles so, ich daddel dann auf dem Handy rum und dann habe ich irgendwie so einen, ich habe ja einen Hang für so doofe Spiele auf dem Handy. Du bist spielsüchtig auf dem Handy, dann haben wir es frei raus. Ich habe jetzt so ein Neuspiel, da muss ich mit dem Finger immer so Löcher graben und dann fallen da so Kugeln in so Eierbecher rein. Weißt du? Und das sind dann verschiedenfarbige und die sind dann manchmal einfach, manchmal mittel, manchmal schwierig. Und da bin ich so top motiviert nachts, dass ich da wirklich eine Stunde da noch mit meinen Eierbechern zu tun habe, dass ich morgens kaum aus dem Bett komme. Das ist aber geil, wie hieß dieses Spiel mit den Nummern, dass du 100 Jahre gespielt hast? Threes, das spiele ich immer noch ab und zu. Ich weiß, da warst du so stolz, dass du irgendwie den Rekord, du warst halt meilenweit uns voraus, wenn wir es mal probiert haben. Und da hat es Arne, unser Kollege aus der Firma, der hat das eine Nacht gespielt, hat deinen Rekord geschlagen und da hattest du erstmal gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe den aber schon wieder eingestellt und weißt du, wer mich damit angefixt hat, wer mein Spiele-Dealer da war? Der hat mir das so vor die Nase gehalten und hat vor Jahren, Donny O'Sullivan. Der hat mir Threes irgendwann mal gezeigt, liebe Grüße, alles Gute, alles Liebe. Und Donny O'Sullivan hat mir das gezeigt und da war es nämlich genauso. Den habe ich dann auch platt gemacht durch einfach süchtig sein. Habe da wirklich Tage lang nichts anderes gemacht. Habe bin einmal die Woche kurz eine Stunde vielleicht nach Berlin raus. Ansonsten einfach nur das gespielt, damit ich meinen inneren Kampf... Das klingt jetzt wie eine Übertreibung, aber das ist ja wirklich die Wahrheit. Und du hast auch teilweise, haben du und Juki, ihr habt euch auch gegenseitig abhängig gemacht. Ihr hattet eine Zeit, da habt ihr beide irgendwie so ein ominöses Fußballspiel gemacht. Und da habt ihr sogar... Star Soccer. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erzählen darf, weil es so absurd ist. Ihr habt da sogar Geld für ausgegeben, damit ihr da geil performt, weil ihr habt euch da euer eigenes Real Madrid gezaubert. Und man hat euch immer nur so gesehen in Drehpausen. Vor allem, ihr habt doch immer vorgeschlagen, dass man das ja mal bei Zirkus Halligalli spielen könnte. Also eigentlich hat es nicht gereicht, dass man es nur privat macht. Ihr wolltet uns auch noch mit in die Arbeit spielen. Die Gebrüder iPhone-Wohnwohnung. Ja, genau. Stimmt. Und manchmal war es ja so, da musste man irgendwie briefen und sagen, was ist jetzt los. Und dann habt ihr beide so aufs Handy gestarrt und weitergezockt, weil ihr so süchtig wart. Ihr konntet keine Pause. Man kennt das ja auch, wenn man zockt. Man muss immer warten, bis man abspeichern kann. Man kann es ja nicht einfach so raus aus der Welt. Und dann habt ihr da so rumgezockt und habt gesagt, so pass auf, also wir haben jetzt jetzt drei Chilis und dann zündet ihr euch die 14 an. Und dann habt ihr gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an. Was nochmal? Dann konntet ihr speichern und wart aufmerksam. Ja, manchmal bin ich dann aufmerksam und mir wird es in bestimmten Runden auch erlaubt, weiterzuspielen, weil ich trotzdem zuhören kann und so weiter. Hast du mir auch mal erlaubt übrigens. Ja, dass du das weitermachen kannst, aber es stimmt nicht. Also du hältst dich für multitaskingfähiger, als du de facto bist. Das ist so wie Metaturn-Ausgabe, ne? Man lässt ja den Kranken, lässt man spielen, damit er einigermaßen noch die Nerven bewahrt. Metaturn für Junkies dieser Art ist einfach, dass ich das ein bisschen in den Alltag integrieren kann. Aber kannst du deine Top-3-Handys spiele, damit die Leute was davon haben? Ja, momentan. Was kannst du empfehlen? Das eine, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Mit den Gruben. Wo ich da diese Löcher machen muss. Dann gibt es Dump Ways to Die, finde ich sehr gut. Was macht man da? Da ist man irgendwie so ein Ei und muss überleben. Ja, ich erkenne doch keinen roten Faden, aber keep it going. Threes finde ich sehr gut und Woody. Woody ist so eine Art Tetris mit so Holzdingern und dann muss man auch so reinmachen, dann gehen die weg, wenn man Glück hat. Naja, nicht wenn man Glück hat, sondern wenn man sehr gut ist. Wenn man richtig drauf hat, wenn man so richtig ihren Finger hat. Ja, dann ist das gut. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, für meine vermeintliche Müdigkeit sprudelt das hier ja ganz schön los. Denn ich bin ein altes Zirkuspferd, wie man offenbar jetzt mitkriegt. Wenn ich nachts geweckt werde, das sagte mal ein großer deutscher Entertainer und ich zum Kühlschrank gehe und da dringe das Licht an, da fange ich an zu moderieren und offenbar ist das bei mir genauso. Wenn hier in dem in sich geschlossenen Corona-Ökosystem das orangene Licht angeht, dann bin ich da. Und nicht nur ich, sondern auch meine zwei Weggefährten hier. Und ich möchte euch nochmal den zwei, drei Omas und Opas da draußen, die euch noch nicht kennen, vorstellen. Das ist zum einen Jakob Lund. Guten Abend. Hallo. Der ist vor nicht definierbaren Jahren. Ich kann mich an den genauen Tag unseres Kennenlernens nicht mehr erinnern. Bist du dazugestoßen und warst auf einmal da? Ja. Gefühlt begleitest du mich mein ganzes Leben in verschiedenen Funktionen rund um unsere Shows. Ja. Wir haben uns gestritten, wir haben gelacht, geweint, wir haben uns in den Arm genommen und gehauen. Wir haben also alles schon durch, was man aus Freitag machen muss. Was in dem Matthias Schweikhofer-Song so vorkommen kann. Haben wir alles erlebt, ja. Alles, worüber Matthias Schweikhofer ganze Alben singt, die haben wir alles schon gemacht. Hast du gestritten genannt? Ja, sicher. Na klar. Ja, Hauptsache. So, mit Thomas Schmidt, den kenne ich schon ganz lange, da war der noch Praktikant bei Viva. Da ist er dir zugelaufen, ne? Da ist er mir zugelaufen. Ich hatte immer so ein bisschen Beefy in der Tasche und da hat er dann immer dran geschnüffelt. Und dann habe ich ihm mal so ein Stückchen gegeben und dann ging er nicht mehr weg. Und dann habe ich den mit nach Hause genommen, habe gesagt, können wir den behalten, guck mal wie der aussieht. Und dann hatten alle Mitleid und seitdem ist er da und mittlerweile sieht er doch ganz passabel aus. Wieder schick angezogen. Man muss dich ja beschreiben für die Leute, die uns am Podcast hören, es sind ja nicht alle jetzt bei ProSieben dabei. Du hast wieder ein Obenrum-Smoking. Was hast du untenrum? Untenrum in bequeme Jeans. Hast du dich fein gemacht? Ich orientiere mich jetzt an das japanische Schulsystem oder das englische. Das ist im Grunde wie eine Schuluniform. Und habe jetzt das immer an, dann werde ich weniger gehänselt. So ist das irgendwie. Das ist mein Ziel. Du probierst dich zu neutralisieren. Völlig zu neutralisieren. Und ich habe mir auch eine Geste angewöhnt, wie Angela Merkel, die hat gesagt, die macht ja immer die Raute, weil sie nicht wusste, wohin mit den Händen, wenn sie redet. Und die war unsicher. Und dann hat sie sich so ans Pult gekrallt. Und ich habe mir gedacht, ich mache es so, immer wenn ich unsicher werde in diesem Podcast. Also wenn ihr merkt, ich bin psychisch ein bisschen labil, das seht ihr, wenn ich diese Geste mache. Also wenn ihr mich ärgert, gibt es das. Dann hört ihr bitte auf. Ja, dann hören wir auf jeden Fall sofort auf. Ich könnte dir auch nächstes Mal so kleine Fahnen mitbringen, die man sonst in so kleinen Käse reinsteckt. Und damit kannst du zum Beispiel unsichere Momente markieren. Kann ich mir ins Knie stecken? Kannst du dir ins Knie stecken, weißt du, diese kleinen Dinger, wo so kleine Hollandfahnen oder sowas, die man oben in den Gauda reinmacht. Und damit kannst du zum Beispiel Gags oder unsichere Momente markieren, damit wir Bescheid wissen und achtsam sind. Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie Dr. Trosten. Der wendet sich ja in die Öffentlichkeit, um zu sagen, was alles schiefläuft im Gesundheitssystem und was wir gerade für den Ärger haben mit dem Virus und so und so. Ähnlich geht es mir. Ich berichte quasi gezwungenermaßen live von der Front, wie es um das deutsche Fernsehen steht. Weil du den ganzen Tag guckst, oder wie? Nee, weil wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen und der bei ProSieben läuft. Ja, das stimmt. Das heißt, du bist mehr oder weniger das Gesicht der Fernsehkrise aktuell. Du bist das, genau. So ähnlich wie... Die hässliche Fratze der Krise. Ich finde ja auch, bei Christian Drosten, der sich da ja auch, also man weiß das ja, wenn man sich also mit ihm auseinandersetzt, dass der im Prinzip nur geil ist auf den Fame. Alles andere, also die Infos, die schiebt er dann gezwungenermaßen nach. Im Prinzip ist der wie so ein RTL-Experte, ja, der einfach bloß ins Fernsehen will und sagt, naja klar, so ein, zwei Sachen weiß ich über die Corona-Viren und die erzähle ich euch dann, damit ich möglichst lange gefilmt werde. Das ist sein... Na, im Grunde wie Horst Lichter, der kocht sich so einfach ins TV rein. Inzwischen verkauft der Schrott. Musst du auch mal überlegen. Der hat da gesagt, ich kann was mit Sahne. Und jetzt ist der irgendwie Antiquitäten-Expert. Und so versucht es ja Drosten auch, glaube ich. Ja, man weiß ja gar nicht mehr, dass der Horst Lichter mal Koch war. Genau, das weiß man nicht mehr. Und so wird es auch in 20 Jahren, sitzt er da im Dschungelcamp zum siebten Mal und man weiß gar nicht mehr, warum der überhaupt berühmt geworden ist. Und so wird es, genau, bei Christian Drosten wahrscheinlich auch sein, wenn er seinen teuflischen Plan dann durchzieht, ja, und sich selber prominent macht und schon demnächst, in der nächsten Staffel Promis unter Palmen mit dabei ist und... Oh, oder wie weit kommt Christian Drosten bei Ninja Warrior? Oh, ja. Wie weit kommt er da? Kommt er an diese Wand, weißt du, wo du so springst über das Wasser? Schafft er das? Aber ich habe eine Sache, ich suche ja schon seit Jahren nach einem Satz, den ich mir tätowieren kann, ne? Ich finde es ja... Klar, wenn nicht. Ja, klar. Logisch. Weil mittlerweile ist das neue Ding, das habe ich am Strand gesehen letztes Jahr, als das noch ging, war ich am Strand in Italien auf Sardinien und da habe ich festgestellt, normale Tattoos oder hier so diese Maori-Malereien da, die man völlig losgelöst von der eigenen Kultur malen sich das ja viele dann irgendwie da drauf, nach japanischen Schriftzeichen und chinesischen Schriftzeichen kommt dann jetzt Maori, wo man so gar nicht mehr weiß, was das eigentlich bedeutet, ja. Hauptsache es sieht irgendwie geil aus. Das neue Ding ist aber, dass Leute, die sich tätowieren lassen wollen, keine Bilder mehr, keine schönen Gemälde, nicht mehr so Airbrush auf der Haut, sondern die beschriften sich jetzt. Man wird ganz normal beschriftet. Man hat unterm Arm beispielsweise richtig vier bis sechs Sätze, ein ganzer Tweet passt da teilweise hin, der in einer vermeintlich schönen Schrift, das nennt man Geschmackssache, wird ein ganzer Text unter den Armen beispielsweise gemalt. Ist euch das noch nie aufgefallen? Wie so die Notizen auf dem iPad. Ja, so ein bisschen sieht das so aus, ja. Also na klar, am Anfang fangen die alle an mit so Herzschlag, das erste Herzschlag vom Kind oder sowas, ne, oder irgendwelche Daten oder so, aber mittlerweile, so was du sonst halt hast mit den sprechenden Cappuccino-Tassen, also hier so Wand-Tattoos, das gibt es mittlerweile, ist wieder zurückgekommen auf den Körper und wird jetzt da gemacht. Kabe dir. Ja, genau. Tätowiert Tine Wittler schon. Es könnte sein, dass dann irgendwas steht wie ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag oder diese Bauarbeiter auf dem Stahlträger oder so. Die IKEA-Bilder als Tattoo. Dann steht da aber noch was drunter, ja. So, und ich habe jetzt bei Robbie Williams, der hat den besten Satz tätowiert, der hat auf dem linken Oberarm oder rechten, da ist ein Löwe und drüber steht Elvis, grant me serenity. Das ist ein super Satz. Und den Satz, den ich mir gerne tätowieren lassen möchte, weil ich das eigentlich total interessant finde, den Gedanken dahinter, der ist von Christian Drosten zitiert worden, also ein Satz, den man offenbar kennt und mit seiner Arbeit viel zu tun hat. There's no glory in prevention. Ah, da ist was dran. Weil wenn die Vorsorge gut funktioniert, passiert die Sache ja nicht. Das heißt, die Leute sagen dann, was sollte die ganze Scheiße, warum mussten wir vier Wochen zu Hause bleiben? Es kam ja gar nichts. Es ist das berühmte Klatschen gegen die Elefanten, was ich schon mal gesagt habe. Ist das ärgerlich. Ja, du hast recht. In dem Fall funktioniert es natürlich. Wenn man tatsächlich irgendwann rausfindet oder einfach davon überzeugt ist, dass nur das Klatschen die Elefanten davon abgehalten hat, durch unseren Garten zu trampeln, dann ist man eigentlich gut bedient, wenn man sagt, man ist heilfroh, dass die hier nicht durch unseren Garten gerannt sind, weil wir haben ja geklatscht. Aber es wird ganz viele Leute geben, die sagen, bist du bescheuert? Du hättest gar nicht klatschen müssen, die wären eh nicht gekommen. Und das sind die meisten Leute. Deswegen sind das die stillen Helden, die wissen, there's no glory in prevention. Niemand wird dir dafür danken. Und diesen Satz, den tätowiere ich mir, warum auch immer, das hat ja mit mir gar nichts zu tun, aber ich finde es klingt cool. Ich merke gerade so, also das war wirklich eine gute Geschichte. Wirklich, ohne Ironie. Aber, kennt ihr das, wenn ihr so müde seid, dass ihr so nur noch auf die Mundbewegung guckt und nicht mehr zuhört? Und ich könnte jetzt nicht sagen, was du gerade erzählt hast, irgendwas mit Elefanten. Ich bin einfach, können wir aufhören, diesen Podcast, wenn wir ihn schon machen, dass wir den auch morgens um neun Uhr machen. Ich habe bis nachts um drei Tiger King geguckt. Das ist sensationell, aber das matcht einfach nicht. Was passiert dir? Fallen dir jetzt auch die Zähne aus? Was passiert, wird man crystal meth abhängig, wenn man die ganze Nacht Tiger King guckt? Das wird man sehen. Was ist denn Tiger King, für alle, die jetzt denken? Genau, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich lese über Internet, Tiger King, Tiger King, ich weiß auch nicht, was es ist. Schaffst du das, Schmitty, weil du bist stadtbekannter Spoiler, schaffst du es, diese Serie zusammenzuholen oder was auch immer es ist, ohne mir den Spaß zu nehmen? Darf ich das kurz einschieben? Schmitty ist so einer, der sagt, will ja nicht spoilern, aber Folge 7, huiuiui. Dann weißt du schon, es wird etwas passieren. Das nervt einfach. Ich will die Folge 7 anschmeißen und dann überrascht sein, dass dann huiuiui kommt. Und nicht von dir schon vorher wissen, Achtung, Folge 8, ganz schöner Armer. Das ist ein Service für dir, wenn du vielleicht so einen kleinen, so einen Durchhänger hast bei Folge 4, dann denkst du dir, naja, aber der Schmidt hat gesagt, die Folge 8 ist mega geil, also halte ich durch. Versucht bitte, das zusammenzuweisen, ohne den Leuten Spaß zu verändern. Merkt euch mal kurz, diese Eskalation, auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen, aber jetzt führt bitte das Gespräch erst mal zu Ende. Tiger King. Tiger King, eine Doku-Serie auf Netflix von den Machern vom Fire Festival, von dieser große Artikel-Doku-Film. Und es geht im Grunde um Großwildtierbesitzer in den USA. Da darf jeder im Grunde so seinen Tiger halten, wenn er Bock hat. Und da gibt es halt, sagen wir mal, landläufig werden die Rednecks genannt, die so 1000 Tiger, kein Witz, 1000 Tiger so einen Privatzoo haben. Und der, der wollte, tausend, der wollte darüber eine Doku machen und da hat sich halt rausgestellt, das ist eine Armee, das ist kein Zoo, das ist eine Armee. Das ist eine Armee. Und da gibt es auch verschiedene im ganzen Land verteilt, so private Zoos und die führen gegeneinander einen Kleinkrieg. Dann spielt noch PETA eine Rolle, dann spielen noch Tierschützer eine Rolle. Also was ist deren Ärger? Dass zum Beispiel eine Tierschützerin, die hat auch einen Privatzoo, macht im Grunde so ein bisschen dasselbe, aber behauptet für sich, naja, sie rettet die Tiger von all diesen anderen Privatzoos. Von den Besoffenen. Genau. Und macht dann einen eigenen Zoo mit diesen geretteten Tigern auf und das ist natürlich den anderen ein Dorn im Auge. Und dann entspinnt sich daraus so ein kleiner Kleinkrieg, der aber vollkommen eskaliert. Und das Geile an der Serie ist halt, es sind wirklich Charaktere, die würden jedem Cone-Film super stehen. Aber es ist eine Doku. Es ist eine Doku, man kann es nicht glauben, was da passiert, wie sich das hochschaukelt, was es für Wendungen gibt und was das vor allem für Charaktere. Jeder hat einen eigenen Film verdient. Ja, unbedingt gucken. Was würdest du dir denn für ein gefährliches Tier halten? Wenn es jetzt hier in Deutschland genau solche Gesetze gäbe wie in den USA, was würde bei dir in der Wohnung noch wohnen? Ich würde es ähnlich machen wie der Tiger King, nämlich die Tiger, solange sie so süß sind und so tapsig. Ja. So ein bisschen größere Katzen. So lange würde ich die halten und dann könnt ihr auch mal vorbeikommen, könnt ihr mal ein Foto machen und so. Und dann wird es in der Raststätte angehen. Nee, und dann erschießen. Erschießen? Ja. So hat das der Tiger King gemacht. Klassische Tierliebe. Wirklich? Weil die bringen dann kein Geld mehr. Naja. Das ist nie. Das gehört sich nicht. Ich würde mir Braunbären, weil ich die so süß finde. Und wir haben ein viertes Zimmer, da ist viel so gerümpelt drin und so, ne? Ja. Und da könnte der leben. Kannst du das nicht machen wie Arnold Schwarzenegger, dass der einfach so ein Baby fährt und so ein Babyesel? Der hat doch Arnold Schwarzenegger, der ja nun, ich sag mal, eine interessante Biografie bereits hat, weiß immer noch, auch im hohen Alter, mit kleinen biografischen Ausritten nach links und nach rechts, doch nochmal zu überraschen. Also nicht, dass er einfach nur Mr. Universe ist, Conan der Barbar, der Kindergarten-Cob, dann noch der Zwilling von Dendividu. Aber nein, er hat jetzt gesagt, es reicht noch nicht, ich bin offenbar noch nicht interessant und vielschichtig genug als Person der Öffentlichkeit und außerdem, wenn ich mal in Quarantäne gerate, möchte ich, dass es super verrückt trotzdem bei mir zu Hause ist und deswegen hat er einen kleinen Babyesel und einen kleinen Babypferd und die wohnen bei ihm zu Hause, die dürfen auch rein, die sind also, vielleicht sind die auch normal groß und Arnold Schwarzenegger ist sieben Meter groß. Das ist doch möglich. Das kann auch sein, das weiß man ja nicht. Aber der Queen-Tisch lässt vermuten, dass die sehr klein sind, ja. Er spielt auch Schach mit denen, ne? Ich hab gesehen, wie der mit dem kleinen Esel Schach gespielt hat. Also da hat er dich verscheißert. Aber wisst ihr, wer diese Videos macht? Ralf Möller. Kein Witz. Ralf Möller? Ralf Möller darf mit Arnie in die Quarantäne und darf diese Videos drehen. Oder das war so, dass praktisch da die Quarantäne ausgebrochen ist, als Ralf Möller kurz mal für fünf Minuten zu Gast war. Das kann auch sein. Und Arnie hat sich gedacht, scheiße, jetzt ist er hier 14 Tage. Der wollte nur Zigarren vorbeibringen und dann Shutdown, ne? Ja. Und der hat es wahrscheinlich selber absichtlich gemacht, damit er dann 14 Tage da drin ist und der Social Media Beauftragte von Schwarzenegger wird. Aber sag mal, was für ein Tier würdest du dir halten? Es muss ein gefährliches Tier sein. Ah, ne, aber die gefährlichsten sind doch so super durchgeknallte Affen. Und die würdest du dir halten? Ich hab mal im Thailand-Urlaub auf der Terrasse gesessen, jeden Morgen, ja, und hab dann mir da mein Frühstück da so hingestellt auf den Tisch und so und alles stand dann da. Und dann hab ich so aufs Meer geschaut und so auf den Berg runter und das war herrschaftlich, war ganz toll. Und als ich dann fertig war, kamen dann so kleine Affen aus dem Wald und die haben dann schon so gegeiert auf meine Melonen. Und die saßen dann da schon, haben so um die Ecke geguckt und gedacht, naja, dann ist der gleich fertig, dann essen wir das auf. Hast du das gehört, das Gespräch? Hast du das belauscht? Hast du das belauscht, wie die gesagt haben? Das war natürlich Thai, ist ja klar. Ist ja klar. Die können ja kein Deutsch. Aber man schnappt ja Sachen auf und weiß, sie reden einfach über Melonen. Irgendwie, im Großraum Melonen. Ist ja unangenehm, wenn es um einen selbst geht. Man hört dann so Gesprächsfetzen aus. Ja, nicht von der Massage. Die kam an. Sie sind nach vorne, sind die immer sehr nett, aber sobald praktisch sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, zeigen sie ihr echtes Gesicht und sowas bei den Affen auch. Die haben gesagt, sobald das Arschloch drin ist, klauen wir dem alles, was der da noch hat. Und dann habe ich die dann so gefüttert mit Melone. Das ist jetzt wirklich passiert. Und dann habe ich denen das so gegeben und dann kam so ein kleines Äffchen über den Tisch an, hat mir die Melone abgenommen, hat mich noch so süß Äffchen mäßig angeguckt und so. Und irgendwann war die Melone, wirklich nach acht, neun Stücken, also so richtig viel. Das ging dann immer weiter. Immer war Melone vorbei. Dann hat der Affe probiert, mich zu beißen. Das, so eine Penner sind das nämlich. Und dann wurde auch immer gesagt, man soll aufpassen, dass wenn man da hinten hinterm Haus da in den Wald reingeht, dann kommen die Affen an und beißen ein und die haben irgendeine Krankheit, dass man selber dann auch mit Schaum vom Mund dann da unter einer Palme liegt. Deswegen soll man da nicht reingehen, weil da kommen die vom wilden Affen gebissen. Ach, daher kommt's. Es gibt doch auch, denke ich mal, die Formulierung vom wilden Affen gebissen und ich wollte eben nicht vom wilden Affen gebissen werden. Deswegen, ich würde mir einen wilden Affen halten, glaube ich, um einfach zu beobachten, was passiert. Du hast aber schon irgendwie so ein komisches Verhältnis zu Tieren, ne? Wie? Also wir haben schon mal im Podcast erzählt, dass du in der Schweinebucht da auf den Bahamas mit den süßen Schweinen, wo alle Instagramer so Fotos machen, als wir da gedreht haben, hattest du wahnsinnig Angst davor, dass sich diese Schweine beißen. Völlig berechtigt. Es gibt übrigens die Videos dazu. Hast du auch gesehen, ne? Ja, es kommt mal vor. Es wird auch mal jemand vom Blitz erschlagen, ne? Ja, gut. Und dann jetzt sind's auch noch die Affen, ne? Also im Grunde so die zwei süßesten Arten von Tieren, so kleine Schweine und so paar Affen. Also die süßesten Arten von Tieren, die einzigen, die tatsächlich Kriege führen wie wir Menschen, das sind Schimpansen. Die ziehen marodierend ins nächste Schimpansendorf, hauen da jeden Tod, der nicht bei drei auf den Baum ist und zwar im wahrsten Sinne des Wortes und nehmen sich da die Kinder und die Frauen vor und führen wirklich blutigste Kriege um Gebiete, Regionen, Essen, all das. Weil die uns Menschen so ähnlich sind, sind die gemein. Es gibt Tiere, die sind uns Menschen überhaupt nicht ähnlich. Das sind meistens bezaubernde Wesen. Alle, die so ein bisschen in die Menschenrichtung gehen, haben natürlich auch was Angearschlochtes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben die ProSieben-Zuschauer gar nicht begrüßt. Also ich weiß nicht, Klaas, du bist der Fernsehspern. Wollen die jetzt hier persönlich begrüßt werden. Sagt man nicht eigentlich, wenn man im Fernsehen eine Sendung beginnt, also so habe ich das bisher wahrgenommen, dann sagt man doch mal guten Abend, wir machen hier jenes, wir machen hier dies und wir senden hier einfach so fröhlich unseren Podcast runter. Ja, so ist das doch, oder? Und ich habe irgendwie so ein bisschen schon die Erwartung, dass du die Leute immer professionell begrüßt. Also mich nervt das zum Beispiel immer als Zuschauer, als Moderator natürlich nicht, wenn die Leute klatschen und nicht mehr aufhören. Das stört, wenn es zu lange ist, ja. Finde ich das toll als Moderator, weil ich denke, ich kann es gebrauchen, machen Sie bitte weiter, das kommt genau in die Lücke, die meine Persönlichkeitssteuerung hinterlässt. Dies wird gefüllt mit Applaus und super. Sagt doch mein Therapeut, das spart uns allen viel Arbeit, wenn da viel applaudiert wird einmal die Woche. Aber als Zuschauer ist es nervig, weil man denkt jetzt, haltet die Fresse, seid nicht so begeistert davon, dass ihr da seid. Ich bin nicht da, ich sitze vorm Fernseher, ich will, dass es losgeht. Es ist wertvolle Sendezeit, ich will, dass der jetzt Witze erzählt. Ich bin jetzt nicht noch standing ovations, setzt euch endlich hin, haltet's Maul. Der soll jetzt anfangen, seine Arbeit zu machen. Das denke ich als Zuschauer. Du würdest bittere Tränen weinen, wenn sich die Zuschauer dran halten würden. Ja, ich weiß. Wenn du rauskommst bei Late Night, und die machen... Man merkt, dass du müde bist, weil ich habe vorher gesagt, dass ich das geil finde, nur als Zuschauer finde ich es nicht gut. Was ist mit den Elefanten? Übrigens... Begrüßen wir jetzt die Zuschauer oder nicht? Ja, wir begrüßen die. Begrüß die doch mal wie so. Hallo, meine lieben, herzlichen Zuschauer, meine Damen und Herren, bei ProSieben. We love to entertain you. Schön, dass sie alle da sind. Und da merkst du sofort, wenn du anfängst, in diesen ProSieben-Duktus zu gehen, wie unnatürlich diese ganze Sache hier wird. Ja, stimmt. Das passt nicht so. Sag mal, was war eigentlich, wo du sagst, jetzt Elefanten, ne? Was war mit diesen besoffenen Elefanten da? Was war mit denen los? Das sind doch so Nachrichten, die hast du doch hundertprozentig gelesen. Irgendwo waren besoffene Elefanten unterwegs. Ja, wo war das denn? Ich glaube, in Thailand ist so eine Herde Elefanten, die ist in so ein Traubenanbaugebiet gelaufen. Und die haben dann diese Trauben da gefressen und die waren dann sturzbesoffen. Und dann gibt es so ein schönes Foto, das können wir auch einblenden, wie die Elefanten besoffen in diesem Traubenfeld liegen und da den Rausch auspennen. Naja, jeder geht anders mit der Krise. Es gibt sie noch, die guten News. Ja, wirklich, oder? Also finde ich tatsächlich eine total schöne News. Übrigens, es gibt eine Sache, die wir eigentlich, die wollte ich euch jetzt mal mitbringen als kleinen Gesundheitstipp. Da muss man jetzt überlegen, wie eitel sind wir und wie sehr hängen wir am Leben? Zwischen diesen zwei Sachen muss man sich jetzt entscheiden. Eigentlich sind unsere Vollbärte, die wir haben, Ja, das habe ich auch schon gesagt, ja. Ein Riesenproblem. Ja. Weil in unseren Bärten, vor allem in meinem, also absteigend, ne? Meiner ist der Schlimmste, weil ich so ludasmäßig zugewachsen bin mittlerweile. Dann kommst du und ganz am Ende, dein mittlerweile ja schon fast ordentlich geschnittener Bart ist der am wenigsten schlimmste, aber immer noch ein Bart, der eigentlich nicht sein muss. Es ist wie ein Klettverschluss für Viren. Ja. Also hier hängt alles drin, was da eigentlich nicht rein muss und man kann, du kannst ja dich desinfizieren die ganze Zeit. Naja, es wird schon gehen. Wer sagt das? Also wir müssten den eigentlich abschneiden. Ja, stimmt. Ken, warum kommt das für dich in Frage? Weil du hast, du hast am Montag bei Leitner Berlin gesagt, du willst, dass man am Bart ablesen kann, wo wir in der Krise stehen. Deswegen willst du den Wuch ranlassen. Ich möchte nach der Krise soll man an mir ablesen können, was Deutschland hinter sich hat. Genau. Weil Leute wisst ihr, dass das Desinfektions- die Augen drehen. Ja, das sind 80-prozentiger Alkohol. Oh, fucking hell. Du kannst aber auch trinken, Schmitti. Das wäre doch ein cooles Live-Experiment. Dann können wir dem Jenke mal so ein Schnippchen schlagen, weißt du? Dann machen wir das große Schmitti-Experiment und du haust dir hier mal so einen Eimer rein. Nee, und dann unter dem Vorwand von innen desinfizieren. Ja. Also eigentlich müsste man den Bart abmachen. Also es kommt für mich nicht in Frage, weil ich sehe dann aus wie eine junge, freche Frau in den 40ern und da sehe ich mich noch nicht. Sagen wir mal so. Die junge, freche Frau in den 40ern, die gerne dicke Steppweste trägt und mit dem Hund durch den Wald läuft. Ja, die so einen Goldenrit-River hat. Du siehst dann aus wie so eine junge, freche Frau, die gerne im Garten ein bisschen rumwühlt. Die könnte auch evangelische Priesterin sein. Irgendwie so in diesem Dunstkreis. Du wolltest dir doch auch mal einen Frauennamen geben, weil du so einen Spleen haben. Dagmar. das habe ich glaube ich in der allerersten Folge erzählt, dass ich mal überlegt habe, ob ich möchte, dass man mich Dagmar nennt. Ja. Weil im Grunde leben wir in einer sehr, sehr offenen Gesellschaft und jeder kann so ein bisschen ja definieren, Gott sei Dank, möchte ich sagen, bitte nicht mir schreiben, wo jeder so ein bisschen selber definieren kann, wie er angesprochen werden möchte, als was er sich empfindet und ich habe überlegt, ja Mensch, wäre das nicht okay, wenn ich sage, ich fühle mich heute, diese Woche wie eine Dagmar. Vollkommen okay, Klaas. Ja, ich bin dafür. Also nennt mich heute gerne Dagmar nochmal. Also Dagi, alte Saufloch. Ja. Was ich noch... Aber um es abzuschließen, Bart bleibt, ist es keine Option. Option. Option heißt es. Da kommt der Berliner durch. Ich wollte eine Sache erzählen. Es gibt ja momentan überall Schilder. Schilder ist das neue Ding. Deutschland ist ja sowieso schon so ein Schilderland. Schilderwald wolltest du jetzt nicht sagen. Nee, aber... Klingt wie Mario Bart. So ist es. Aber manche Leute reden ja auch wie Schilder und so. Das ist ja so in Deutschland so. Und trotzdem schwingt ja manchmal ein gewisser Grundton mit und auch so in der Atmosphäre, wie man Sätze formuliert. Und gerade wenn man die auf Schilder schreibt, meint man zu hören, wie derjenige es meint, der es draufgeschrieben hat. Versteht ihr? Wenn man es falsch macht. Und momentan gibt es überall Schilder, die meist sehr freundlich, auch standardisiert darauf hinweisen, dass man Abstand halten soll. Was ja auch total gut ist. In Supermärkten steht es auf dem Boden oder es wird nochmal durchgesagt. Und dann wird gesagt, wir bitten Sie darum zum Schutz aller und so weiter. Seien Sie bitte so nett. und wir wollen doch alle hier zusammenhalten und das heißt eben ein bisschen Abstand nehmen und so weiter. Eigentlich ganz schön. Jetzt war ich in Brandenburg und da ist ja sowieso grundsätzlich der Ton ein anderer. Und ich meine, ich meine, den Sound des Schildes richtig verstanden zu haben. Da war ich an der Tankstelle und die hatten auch eine Plexiglasscheibe natürlich, dass man den nicht anspuckt, der da arbeiten muss, was ich ja sehr gut finde. Es gab bloß keine durchsichtigen Plexiglasscheiben mehr. Damit ging es mal los, sondern es war so eine Milch-Plexiglasscheibe. Das heißt, man hat den Typen dahinter nicht gesehen. Und der eine auch nicht. Hat er so ein Kasperl-Theater gemacht zum Bezahlen? Nee, aber das war halt einfach eine Ermangelung wahrscheinlich von anderen Plastikern. Und da stand ein Schild vorne selber drauf gedruckt. Da stand drauf, wir halten bitte Abstand. Und wenn man da weiter drüber nachdenkt, wie angepisst dieses Schild, das wirkt wie ein ungeduldiges Schild. Wir halten bitte Abstand. Junger Mann, wir halten bitte Abstand. Da liegt der Vorwurf schon drin. Es ist nicht so, wir möchten Sie bitten, einen Abstand einzuhalten, so zur Information, sondern es ist schon so, da hält man wieder keinen Abstand. Wir halten hier bitte Abstand. Junger Mann, hören Sie bitte. Ich hab das schon zehnmal gesagt. Ich werd nicht noch ein Elftetmal sagen, dass wir hier mal bitte Abstand halten. Ist das so schwer zu verstehen? Ich hab heute eine ganz kurze Zündschnur und jetzt wird hier mal, verdammt nochmal, Abstand hier halten. Ist das so schwierig? Wir müssen hier arbeiten und Sie kriegen nicht auf der Reihe, mal ein bisschen Abstand zu halten. Also wir halten hier mal ein bisschen Abstand. Das steckt da alles drin in einem Schild. Ja, stimmt. Ich hab's fotografiert. Ich werd's posten später, damit man das vielleicht auch zu Hause aufhängen kann. Falls der Ton mal ein bisschen umschwenken muss, wenn in der WG einfach nicht drauf geachtet wird, der eine, der noch arbeiten muss, der mal ein bisschen mal Abstand halten soll. Und wir haben das hier gesagt, wir haben das in der Mitarbeiterbesprechung hinten in einem kleinen Raum, haben wir gesagt, dass wir hier Abstand halten. Und nur kommen hier alle naselang die Kunden rein, obwohl das durchgegeben wird in den Tagesthemen und teilweise auch in Radio, wird das durchgegeben, dass wir Abstand halten und keiner hält sich dran. Oh mein Gott. So, und? Vielleicht muss man als Schild ein bisschen mehr Geduld beweisen. Ja, ein bisschen höflicher wieder. Apropos Autorität. Ich bin mit dem Gesetz in Konflikt gekommen gestern. Ich hörte davon. Ich hab ja noch gar nichts von gehört. Wie kann man denn zu Hause mit dem Gesetz in... Ja, pass auf. Warst du wieder am Tag? Ich hab ja hier vor die Kamera gezerrt. Und da halte ich mich ja so streng an die, die das regelmäßig machen, nämlich im Zweifel Hollywoodstars. Und was machen die? Die machen ihren Körper geil. Workout. Workout. Die halten sich fit, dass sie irgendwie ein Selbstbewusstsein haben vor der Kamera. Und ich dachte mir, ey, wenn ich da, da kann ich nicht immer wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitzen, sondern will ich mal irgendwie, wenn wir da durch sind mit unseren Folgen, dann komm ich hier raus wie Mark Wojberg. Und dann hab ich gedacht, jetzt gehst du mal wieder joggen. Weil ich das erste Mal wieder joggen, seit langer Zeit. Bei mir um die Ecke ist so ein Sportplatz. Und dann bin ich da hingelaufen und bin über den Zaun geklettert und da auf der Tartanbahn meine Runden gelaufen. Und auf einmal Blaulicht. Und dann kam ein Streifenwagen an. Die hatten das Tor aufgemacht von dieser Sportanlage. Die sind mit dem Streifenwagen direkt an die Tartanbahn gefahren. Hatten sogar das Signal oben an. Und ich war auf der anderen Seite des Sportplatzes noch und sehe das. und hab mich umgeguckt, hab gesehen, sonst ist keiner da. Die sind wahrscheinlich wegen mir hier. Und jetzt aber der Effekt, ich krieg sofort Angst und Schweißausbrüche, wenn ich Polizisten sehe. Also obwohl ich auch nichts gemacht hab. Für mich ist ein Albtraum angehalten zu werden. Aber du warst ja praktisch schon im Begriff wegzurennen. Das Dumme ist, die Bahn hat zu denen hingeführt. Und da war folgender Effekt, den ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr mal joggen wart, wenn man jemandem entgegenkommt, dann wird man schneller. Weil man so nicht so zeigen will, man läuft wie so in seinen Schrauben und man ist so fertig und irgendwie kurz vorm Herzinfarkt. Sondern man läuft auf einmal ganz beschwingt, bis man an denen vorbei ist. Und dann sagt man zusammen, mit demselben Effekt bin ich auf die Polizisten zugelaufen. Ich hab auf einmal Gas gegeben. Bis wieder T1000. Ja, egal wie. Ich wusste, ich krieg Ärger auf irgendeine Art. Ich konnte mir nur noch nicht vorstellen, wie. Aber wenn ich da schon hinlaufe, dann wenigstens wieder T1000. So, und dann bin ich da angekommen, dann standen die da und ich schwör's euch, einer von den beiden, der hatte beide Hände an der Knache. Nein! Hatte der zwei Knarren? Ja, oder vielleicht hat der hier einen Pfefferspray. Auf jeden Fall war der in absoluter Kampfbereitschaft. Nein! Hat auch nicht gelacht, nichts, ne? Und ich komm da an, komplett verschwitzt, nach meinem kleinen Sprint komplett außer Atem. Und dann sagen die, junger Mann, Sie haben sicher mitbekommen, dass Sportanlagen in diesen Zeiten abgesperrt sind und man die nicht betreten darf. Ja. Wir bitten Sie jetzt, hier das Gelände direkt zu verlassen. Und währenddessen der andere immer so in seinem Sicherabstand und wirklich die Hand an der Knarre. Und da hab ich gedacht, hab ich noch so einen Gag gemacht? Hab ich gesagt, ah Mann, es wären doch nur noch 200 Meter bis zum Rekord. Wollte einfach mit Fröhlichkeit überzeugen. Ja, witzig. Ja. Und dann haben die so gar nichts gelacht. Also so gar keine Reaktion. Haben gesagt, verlassen Sie jetzt bitte das Gelände. Germans. Und da bin ich rausgelaufen und die haben mich rechts und links verfolgt. Gott im Himmel. Ich sag mal so, es war aber auch ein bisschen geil. Ja, klar. Man hat sich so gefühlt wie der Joker. Man hat gegen das System, gegen die Gesellschaft aufge... Also ich war nie mehr... Hast du gesagt, verpiss dich, du Fanboy. Agent Chaos war ich. Und dann kam ich da raus von dem Sportplatz so wie bei Conair, so Nicolas Cage. So haben wir irgendwie nochmal die nassen Haare ausgeschüttelt und weiter ging es. Gejoggt gegen das System. Aber in Indien hättest du noch eine mit dem Holzstock gekriegt, ne? Ja, das kommt als nächstes. Aber hat Angela Merkel nicht gesagt, man soll ausdrücklich auch Sport machen? Aber nicht auf Sportanlagen! Man kann doch wohl nicht auf Sportanlagen gehen. Die sind abgesperrt. Man soll auf die Straße gehen, wo die anderen Leute sind, wo man so schwer Abstand halten kann. Man soll ganz normal auf dem Fahrradweg joggen, wie das immer alle machen. Und nicht an den Sportanlagen, wo keiner ist. Ja? Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder einfach auf der Tartanbahn anjoggen ist? Apropos, weil du dich gerade so aufregst, Klaus. Ich hab eine Frage an den Prominenten. Ich bin mir die Lass die Tasse fallen. Hau ab, das Eisen hier! Fragen an den Prominenten. Jeder kennt doch so Geschichten aus dem Freundeskreis, wenn jemand schon mal einen Prominenten getroffen hat. Und dann ist immer die Frage, also jemand sagt so, ich hab den Mario Barth getroffen, jetzt mal als Beispiel, könnte auch jeder andere sein. Und dann sagt der andere, das ist ein Gespräch, das findet so seit 30 Jahren in Deutschland statt. Und wie war er denn so? Und dann erklärt der andere, wie dieser Prominente denn so war. Und man sagt auch, man hat den getroffen. In Wirklichkeit hat man den gesehen, hat den irgendwie angelabert. Und aus dieser Mikroreaktion erklärt man jetzt allen Leuten, die man selber kennt, wie ein ganzer Mensch ist. Und ist dir diese Last in einer jeden Begegnung, die du mit Leuten hast, die dich ansprechen, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es sicher weniger, aber ansonsten, wenn man mit dir irgendwo auftritt, dann wirst du angesprochen, wirst um Selfies gebeten, um irgendwie ein kurzes Wort. Ist dir in diesem Moment diese gesamte Last klar? Und wie gehst du damit um? Also mir ist es insofern bewusst, als dass ich mich ja auch noch erinnere an so Kindheitssachen, wo ich mal jemanden getroffen habe. Bei Jugendlichen oder auch Erwachsenen oder so, da setze ich manchmal so ein bisschen mehr Reflektionsvermögen voraus und erkläre denen dann auch, zwar freundlich und so, wenn es jetzt gerade aus irgendeinem tatsächlich bestehenden Grund nicht geht oder so, aber bei Kindern zum Beispiel, ist egal, wie unpassend es ist, würde ich immer super nett sein, weil die sich natürlich das ganze Leben daran erinnern, so wie ich mich auch daran erinnere. Ich habe zum Beispiel mal Otto getroffen. Echt? Wie alt warst du? Nur neun oder so. Das weiß ich noch, da war ich mit meinem Vater, musste mit mir in die Wieser-Ems-Halle, der hat es super gehasst. Was ist denn eine Wieser-Ems-Halle? Wieser-Ems-Halle ist unsere Veranstaltungshalle in Oldenburg. Ah, okay. Da, wenn die Großen kommen, dann gehen die in die Wieser-Ems-Halle, ja. Und da war also Otto und mein Vater hat sich da erbarmen, mit mir da hinzugehen. Der hat das alles gehasst, dem war das alles zu blöd und auch die anderen Leute, die sich da Tickets für Otto kaufen, der hat alles gehasst. Und ich hatte zu Hause eine weiße Schirmmütze und hatte mit verschiedenen Farben den Eddings, habe ich mir so ungefähr 20 Mal Otto auf die Mütze draufgeschrieben. Und diese Mütze hatte auch gesagt, die Mütze setzt du nicht auf. Er hat gesagt, die setze ich auf. Das war eine Otto-Fan-Mütze. Ich hatte auch eine Otto-Mappe. Wer war da der Otto, ey? Wer ist hier der Otto, ey? Oh Mann, wenn der Vater sagt, die Mütze setzt du nicht auf. Nein, die habe ich dann. Mein Vater hat doch beim Fisherman's Friend gearbeitet und das war eigentlich eine Fisherman's Friend-Werbemütze, die aber sonst weiß war. Und da stand also vorne im Fisherman's Friend. Ich hatte auch einen sehr guten Folgentitel. Die Mütze setzt du nicht auf. Und dann hatte ich immer meine Mütze auf und dann hat Otto noch Autogramme verteilt und ich bin gar nicht da bis da vorgekommen, weil ich so klein war und irgendwelche erwachsenen Assis natürlich sich vorgedrängelt haben und ich habe so vier, fünf Meter hintergestanden und ich habe also gar nicht mit Otto direkt geredet, trotzdem erinnere ich mich noch, als wäre es gestern, da hat ihn irgendwer beim Autogramme schreiben, hat ihn gefragt, Otto, wie alt bist du denn jetzt? Und dann hat Otto gesagt, wie spät haben wir es denn? Das ist witzig. Und das fand ich so ultra witzig. Und ich fand es auch so nett, dass der nach der Show, da war schon das Putzlicht an und so und da standen halt so noch so 10, 20 Leute dann so vor der Bühne direkt, dass der dann auch wirklich nochmal rausgekommen ist und dann nochmal mit uns allen da gesprochen hat und so. Und ich habe eigentlich nur so weit weg gestanden und mir den angeguckt und da hätte ich auch gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Aber Otto ist glaube ich so ein Sonderfall, der ist immer auf Senden. Mir hat ein Freund erzählt, der hat den in einer Hotellobby gesehen und der Manager hat für Otto den Schlüssel geholt und hat Otto den so hingeworfen und Otto ist extra in die andere Richtung gelaufen. Ja. Mit so einem Otto-Gang und das ist natürlich wahnsinnig witzig. Ja, das ist doch lustig. Aber wie, also genau. Und deswegen probiere ich immer super nett zu sein. Und stört dich das nicht, dass, also weil ich dachte, man könnte vielleicht mal so ein Plädoyer machen für euch Prominente, dass man sagt, liebe Leute zu Hause, die es jetzt auch sehen, wenn ihr einem Prominenten ihm begegnet und ihr dann um ein Selfie bittet, dann ist das doch nur eine Minute, eine Minute aus dessen Leben, eine Minute aus eurem Leben. Ihr könnt daraus nicht schließen, wie der denn so ist. Weil der ist vielleicht schon 50 Jahre anders. Ja, das stimmt aber nicht ganz. Oder es ist gerade morgens. Oder es ist gerade abends und der hat einfach nur keinen Bock. Nee, das stimmt nicht. Klaas, ein Wort der Warnung. Ein Wort der Warnung. Wenn du jetzt sagst so, dass man sich da immer gut benehmen muss. Nee, muss man nicht. Weil das hältst du auch nicht auf. Das werde ich auch nicht aushalten. Aber man merkt trotzdem an dieser einen Minute, wie derjenige so ist. Ich würde dir da widersprechen. Also selbst wenn einer müde ist oder sonst was, man kann schon sagen, dass der dann so und so ist. Es würde dir mit Thomas Gottschalk nicht passieren, dass du ein negatives Erlebnis hast. Das stimmt. Der ist, wenn der vor dir durch die Security-Check geht, der moderiert den Security-Check wie Wetten, dass. Der geht da rein und sagt, ja, hier, Gürtel ausgezogen. Super, hier, noch einmal gucken. Habe ich auch schon gesehen. Rechtes Bein hoch, linkes Bein hoch. Jawohl, hier. Der geht durch dieses Tor, was du hast, wo du gecheckt wirst. Geht der wie durch das Tor von Wetten, dass. Ja, der nickt danach, den Mitarbeitern auf der anderen Seite vom Security-Check-Tor, nickt dazu, wie den Zuschauern, wie dem Bürgermeister in der ersten Reihe in der Stadthalle Böbling. Hier, danke. Ah, hier, meine Flüssigkeit, tue ich wieder zurück. Super, Dankeschön. Schönen Tag noch. Und für alle ist es, wir haben heute den Gottschalk gecheckt. Ja. So, und Gottschalk ist aber schon wieder mit den nächsten Zugange, während die noch gar nicht begreifen können, was ihnen gerade passiert ist. Und das wirst du immer haben mit Thomas Gottschalk. Der ist nun mal so. Der ist so. Mein Wesen ist das, was der Anzug hier für mich repräsentiert. Das ist einfach ein Schutzschild. Der ist niemals er selbst. Der ist einfach niemals er selbst. Doch, er ist so. Und sobald er das Haus verlasst, ist er Show. Nein, er ist so. Er ist so. Es ist ein Sendungsbewusstsein und vielleicht hat sich das irgendwann, diese öffentliche Person mit der Privatperson, die vielleicht ganz früher, als er ganz jung war, noch etwas mehr noch aneinander geschmolzt. Wie bei Moneyboy. Wie, ein bisschen wie bei Moneyboy. Der irgendwann sein eigenes Image geklappt hat. Irgendwann ist es ein bisschen wie bei Moneyboy oder Jacqueline Phoenix, als er aus dieser Mockumentary irgendwie kaum noch rauskam. Aber dann gibt es andere Prominente. Da weiß man, dass zum Beispiel Stefan Rabe jetzt nicht dafür bekannt ist, im goldenen Anzug durch Köln zu laufen und zu sagen, wer will ein Selfie? Das ist einfach nicht sein Ding, sondern er ist lieber privat. Das nimmt man ihm aber nicht übel. Und wenn man sagt, ich bin hier gerade mit den Kindern, ich bin hier gerade auf dem Weg in den Urlaub, ich esse gerade und man das freundlich sagt, gibt es eigentlich kaum jemanden, der dann weggeht. Es sei denn, die Leute sind ein bisschen besoffen, da muss man halt so Methoden anwenden. Aber als wir neulich bei einem Italiener-Essen waren, da hat sich das anders verhalten. Erzähl doch mal, wie war denn das? Da muss ich dich aber in Schutz nehmen. Wir saßen eigentlich genauso zu dritt und haben gespeist. Und dann auf einmal kommt jemand und beugt sich wirklich, während wir essen, in unsere alle Essenreihen. Und es waren schon Corona-Zeiten, ist ja erst wenige Wochen her, in München war das. Und will dich irgendwie in ein Gespräch verwickeln. Und dann hast du einfach nur in dein Essen geguckt, hast ganz langsam hochgeschaut. Nein, Moment, eine Sekunde. ins Gespräch verwickeln, heißt erst mal, der stand so da, wirklich über unserem Essen. Ja. Und der hat nichts gesagt. Der hat einfach erst mal nur gemacht, na, also, wie ist das hier? Und hast du hochgeschaut und gesagt, hast gesagt, was gibt's? Ja, und ist doch nicht unhöflich, oder? Nee, ist nicht unhöflich. Dann hat er sich getreut. Wenn jemand praktisch fast im Schneidersitz auf meinem Filé-Steak sitzt, dann kann ich den mal fragen, was das soll, oder was es gibt. So, und ich glaube, manchmal macht der Ton ja auch ein bisschen die Musik, und ich glaube, wie ich das was gibt's gezischt habe, hat dafür gesorgt, dass ich weder unhöflich werden musste, noch deutlicher, um zu sagen, nun lass den Onkel mal erst mal essen, und dann gucken wir mal später mit dem Selfie. Ich war ganz kurz davor, dass ich aufgestanden wäre, gegangen wäre. So hast du das gezischt. Ich glaube, der sagt, du bist ein arrogantes Schwein. Ja? Am Ende ja. Das ist, was ich sage. Ach so, ja gut, aber dann bin ich das vielleicht in dem Moment auch. Du hast es nicht in der Hand. Du hast es nicht in der Hand. Ist mir auch egal. Ich habe mir den Podcast angehört von Paul und Joko in der letzten Woche, also der, der noch nicht im Fernsehen war, und da ging es ganz viel ums Radfahren. Und die beiden sind total angezündet, was so Rennradfahren anbelangt. Also der Paul hat eh so krass, der hat da jedes Zeug gekauft, was es gibt, und Joko ist jetzt auch angefixt, hat die Zeit zu Hause genutzt, um sich alles zu bestellen, hat auch bei Instagram so ein Foto gemacht mit so einer krassen Rennradbrille, so einen heftigen Held. Nur gefahren ist er noch nicht. Er ist noch nicht gefahren, das ist auch schwierig. Das ist die eine Sache, die kommt natürlich noch. Die kommt dann natürlich noch. Aber es hat mich irgendwie... Aber es war erst mal das ganze Gear zu Hause. Das kennt ja jeder so. Ich habe auch noch einen Karate-Anzug, den ich nie eingehabt habe. Der passt jetzt über den Oberschenkel. Aber jedenfalls hat mich das irgendwie angefixt. Und ich habe seit ungefähr zehn Jahren ein Fahrrad im Keller. Den bin ich viermal gefahren. Und ich habe es heute genommen, weil hier die Aufzeichnungsstätte ist näher an meiner heimischen Stätte, würde Edmund Stolper sagen. Deswegen bin ich nicht mit dem Transrapid, sondern mit dem Fahrrad hierher gefahren und habe das einfach mal wieder so erfüllt, wie das so ist. Ich dachte so, der Wind im Haar und einfach dieses Stadtfeeling, du flitzt so durch, wie so ein Kurier in New York und so. Aber ich musste nach zwei Minuten, da habe ich schon gekeucht, weil ich erstens nicht beherrsche, wie man ein Tempo fährt, was gleichmäßig ist. Ich fahre alle Gänge aus, bis ich wirklich kurz vorm Infarkt stehe. Und was mir auch wieder auffällt, es gibt zwei Menschengruppen. Es gibt die Schwitzer, hallo, das bin ich, und es gibt Leute, die nicht schwitzen. Die rot werden. Klaas zum Beispiel schwitzt überhaupt nicht, noch nie in seinem Leben geschwitzt. Aber ich schwitze sofort und deswegen bin ich auch heute bei minus drei Grad hergefahren, weil ich dachte, da werde ich vielleicht nicht so doll schwitzen. Weit gefehlt. Mein Hemd war komplett nass, als ich hierher gekommen bin. Boah, eh. richtig verschwitzt und Fahrradfahren ist total scheiße. Und das Schlimmste an Fahrradfahren ist, dass dich andere Leute so frech überholen. Und da habe ich gemerkt, das kratzt an meinem Ego, dass Leute mich überholen. Andere Leute, Autos oder was? Nein, andere Fahrradfahrer. Ach so. Weil ich auch kein schneller Fahrradfahrer bin, weil ich nicht fit bin und da werde ich ständig überholt. Und das ist einfach nochmal darauf will ich hinaus. Das ist ein Gefühl, mit dem ich menschlich nicht gut zurechtkomme, so frech überholt zu werden. Ich sage dir warum. Weil du da ganz falsch rangehst. Du bist nämlich so ein richtiger Funktionsfahrradfahrer. Guck mal, ich zum Beispiel in Oldenburg, ich musste die ganze Zeit mit dem Fahrrad fahren, weil da gab es keine U-Bahn, die Busse kommen alle Nase lang, was weiß ich wann. Da willst du auch nicht mitfahren, weil das bringt dir gar nichts. Du hast gar nicht gedacht, ich nehme heute mal das Fahrrad. Nein, ich musste mit dem Fahrrad fahren und zwar jeden Tag. Bei Wind und Wetter bin ich zur Schule gefahren, ich musste in die Stadt fahren, ich musste zum Gitarrenunterricht jeden Donnerstag um halb fünf hinten am Klärwerk vorbei. Das war eine Scheiße. Und ich habe das gehasst. Fahrradfahren war für mich kein schöner Sport oder so. Damals gibt es nicht so Gedanken wie, ich hole mir jetzt ein Fixie-Bike und das muss ganz besonders dünne Reifen. Natürlich nicht. Man nimmt das Fahrrad, was einem die Eltern kaufen und irgendwann holt man sich selber 1,250 Mark. Und das sind dann natürlich irgendwelche ausgeleierten Hollandräder. Und am besten nimmt man eins, was so austariert ist, ist, dass man freihändig fahren kann die ganze Zeit. Das habe ich gemeint. Ich kann freihändig um Kurven fahren. Ich kann neun Kilometer freihändig fahren, ohne einmal den Lenker anzufassen beim richtigen Fahrrad. Und dann macht es Spaß. Weiß Tommy Gottschalk davon. Wieso? Ja, wette denn das kommt zurück. Wenn es der Virus denn will. Meinst du, ich fahre jetzt irgendwie um die Stadthalle in Böblingen freihändig mit dem Fahrrad neun Kilometer einmal außenrum? Würde ich einschalten. Top. Die Wette gilt. Ich weiß nicht. Ich fand es ein Phänomen, dass einen das irgendwie kränkt. Jeder Arsch hat mich überholt. Es war alles anstrengend. Ich will eigentlich nur sagen, Fazit, Fahrradfahren ist kacke, ist nichts für mich. Wobei, eine Sache ist gut, man fühlt sich sofort als besserer Mensch. Ich wünschte, ich hätte diese Gedanken. Ich würde beim Fahrradfahren nicht eine Sekunde denken, ich wäre ein besserer Mensch. Nein? Nee. Ich würde nur denken, nerv, nerv, nerv. Ich will wieder ins Auto. Ja, wir sind aber momentan, momentan muss ich aber auch sagen, dass man grundsätzlich feststellt, dass alle so ein bisschen wenig Geduld mit sich, aber auch mit anderen haben und auch mit solchen Tätigkeiten. Ich glaube, die machen teilweise momentan nicht so viel Spaß. Also ich glaube, es wird uns irgendwann bewusst werden, wie angespannt wir waren, weil wir haben uns echt ganz oft fast gestritten jetzt wegen so Scheißkram. Wir haben uns angeschrien wegen nix. Sogar wir hatten Streit. Ihr nervt euch gegenseitig, das kriege ich auch mit. Man muss sagen, es ist so, es geht jedem so und man darf jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, weil dann streitet man sich nur noch. Also bei mir liegt das nicht an Corona, sondern an dem Umstand, dass ich hier sitze. Das denkst du. Aber eigentlich macht es dir total Spaß. Es ist einfach nur ein Ferrari im roten Bereich, Schmidt. Ja, komm mal, da haben wir gleich eine Rubrik. Was hat dich denn bewegt, Schmidt die Maus? Leute, was hat dich denn hier so bewegt? Leute, es wirkt wie Kroketerie, wenn ich mich hier manchmal so echauffiere, dass ich hier gar nicht sein sollte. Ja, allerdings, ich merke jetzt halt so ganz, ganz fresh die Auswirkungen von, von der Tatsache, dass man vor Kameras sitzt. Ja, dass du ein Star bist, sag's doch. Ich bin kein Star. Werde niemals einer sein. Das garantiere ich. Shine bright like a diamond, Schmidt. Pass auf, hier, Diamond. Ich habe gestern was gefunden, vielleicht hat man es auf meinem Instagram, da habe ich es gepostet, weil ich mich da schon echauffiert habe. Das war das deprimierendste, was ich in meinem ganzen Leben je gelesen habe. Und ich möchte es euch mal vorlesen. Es gab eine Internetumfrage und da so ein bisschen, Ja, ein dubioses Portal. Also jetzt nicht Infratest D-Mark, ja? Es war jetzt nicht, Stiftung war ein Test und nicht Infratest. Nicht Forza. Nee, nee. Aber es war so eine kleine Umfrage und mir wird das alles jetzt leider auch dann so rangespült, dann schickt mir das jemand, diese Umfrage, ob ich die denn schon gelesen hätte und so. Und es ging um Podcasts und die Beliebtheit von Podcasts. Und ich lese die mal vor, ja? Wir haben eure 156 Stimmen ausgewertet, nicht im Freien. Weiß ich, ob das jetzt so repräsentativ ist. Auf Deutschland runterrechenbar ist. Ja, ja. Das ist ja tatsächlich Familienduelles repräsentativer als das. Ja. Euer beliebtester Podcast ist gemischtes Hack mit dreimal so vielen Stimmen wie Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, alles Liebe. Und jetzt sind die noch ins Detail gegangen. Während 70% Felix Lobrecht lustiger finden, halten entsprechend lediglich 30% Tommy Schmidt für den lustigeren des Duos. Die arme Sau, ey. Ja, ihr arme Sau. Nun, bei unseren Zweitplatzierten Baywatch Berlin, da habe ich mich noch gefreut. Zweitplatziert, so hintergemischtes Hack eingereiht. Ich finde das eher... Dass nicht Comedy-King-Dorsten alles weggeknallt hat wieder. Naja. Da herrschen ähnlich klare Verhältnisse. 70% von euch befinden sich in Team Klaas. Du bist also mit 70% der beliebteste von uns allen. Werden das gedacht? Also das ist ja auch prächtig. Hat euch das jetzt gewundert? Nein, null. Nein, überhaupt nicht. 0,0. Damit kann ich leben, du. Aber... Leute, ich bin hier von uns dreien bin ich hier das Paillettenkleid. Das ist doch jedem klar. Ist doch jedem klar. Ist doch klar, völlig klar. 25% in Team Jakob. Oh, da bleibt mir viel über, ne? Wer rechnet gar nicht. Nur eine einzige Stimme gab es für Thomas Schmidt. Daumen hoch für Mechtild. In Klammern. Vermutlich ist er einfach zu kindig. Dieser kommt insofern auf gerade einmal 5%. Ist auch schon traurig, wenn eine Stimme 5% ausmachen. Heißt schon mal, das sind Zustände wie... Was hat es mit dir gemacht? Ich wünschte, ich könnte sagen, es ist an mir abgeperlt. Aber ich bin hier nicht der Teflon Don. Sondern das hat mich bewegt. Aber Schmidt, das ist doch... Also bei Tinder würde man sagen, it's a match. Ruf die Person an, geht mal einen Kaffee trinken und lernt euch mal kennen. Das Schlimme ist, ich habe das gepostet auf Instagram und ich wurde doch beschuldigt, dass ich der eine gewesen wäre. Dass ich diese Stimme abgegeben hätte für mich, damit ich irgendwie auf die 5%... Aber mich hat einer beruhigt. Ja. vollkommen schwachsinnige Umfrage. Gab es bei den 3 Musketieren auch so eine tägliche Umfrage? Die waren doch auch nur zu dritt erfolgreich. Ja. Und so sehe ich das auch. Ja. Die haben ja auch nicht gesagt, D'Artagnan, du bist raus, ne? Nee, es gibt ja auch nicht... Eine Stimme. Meinst du, meinst du, es gibt jetzt irgendwie eine Grazia-Style-Ranking-Umfrage, wo es sich dann gestritten wird in der Garderobe von den drei Tenören? Wo dann irgendwie Placido Domingo sagt, Leute, jetzt habt ihr mich schon wieder abgehängt hier im Internet. Und ihr mögt mich alle hassen, aber ihr kriegt mich hier nicht raus. Ihr kriegt mich hier nicht raus. Das stimmt, ja. Nein, das ist... Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man... Du musst immer jetzt damit so ein bisschen... Du musst jetzt so ein bisschen damit klarkommen. So ist es halt eben. Das ist so. If it's too hot, get out of the kitchen. Das ist jetzt nochmal ein bisschen dein Leben. Du musst jetzt dich auch mit der ständigen permanenten Beurteilung auseinandersetzen. Das ist natürlich immer nur Quatsch. Und da siehst du ja zumindest mal, dass es nur 156 Leute waren. Bei Twitter hat man immer das Gefühl, das sind vier Millionen, das sind aber nur 30 Leute. Ja. Und immer dieselben. Ich kenne sie alle beim Namen. Alle. Ja, auch traurig. Weißt du eigentlich, was das hier ist? Guck mal, für alle Podcasts zuhören, ich hatte so ein kleines weißes Fläschchen hoch. Weißt du, was es ist? Ich glaube, ich weiß, was es ist, ja. Das ist das selbstgemachte Desinfektionsmittel von Late Night Berlin vom Montag. Genau, da war Marc Benecke zu Gast. Der hat praktisch schon ein Rezept von Oma. Das gute Hahn gecraftete. Und der hat, wie soll man das Rezept nochmal sagen, vier Teile hochprozentiger Alkohol, ein Teil Wasser und so eine Prise Zitronensäure als Pulver. Ah, lecker. Nicht in den Badschmieren. Nicht in den Badschmieren. Die Zitronensäure wird es sein, ne? Der Bad, den ich jetzt hier noch mit mir rumtrage, ich glaube, da hängt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Schweinegrippe drin von früher. Noch Ehek. Ehek. Ich habe noch ein bisschen Saase 1 im Bad. Die Vogelpester. Jetzt, wo wir alle so viel zu Hause sitzen, da wird es natürlich auch schwierig, so einen Podcast zu machen. Da bin ich auch froh, dass wir da nicht jeden Tag kommen und so. Wir müssen ja irgendwie auch die Stunde voll kriegen. Gott bewahre. Mir fällt nämlich ein, ich erlebe ja gar nichts mehr. Also ich ertappe mich bei solchen Gedanken, wie ich sitze zu Hause und denke, jetzt muss man aber aufpassen, dass man trotzdem gesund weiterlebt. Und da mache ich mir so aus 10 Selleries und einer Möhre so einen Saft, den ich mir vorher auch nicht gemacht habe, weil ich habe vorher auch nicht gesund gelebt. Also das ist schon mal der erste Trugschluss. Dann fällt einem auf, wie viel man eigentlich frisst. Normalerweise 10 Mal die Woche bestellt. Wann? Ich glaube, es geht euch allen so, weil man merkt auf einmal wieder, du musst ja selber den Kühlschrank befüllen. Wenn man nur zu Hause ist, was ich aktuell tue, dann merkt man einfach, wie viel da wegkommt und wie da nachgestopft werden. Im Gegenteil. Also ich glaube schon. Jedenfalls, also was macht man und was man tun kann, ist eine Gedankenreise in Zeiten, in denen das Leben anders war, vielfältig und schön. Und da habe ich überlegt, was war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben? Ganz bescheiden, ganz klein angefangen. Was war der schönste Tag in meinem Leben? Und da ist mir aufgefallen, da war dieser Mann dabei. Und ich zeige gerade auf Thomas Schmidt. Thomas Schmidt war an dem Schönstag meines Lebens dabei. Und es war auch Joko Winterscheidt dabei, denn wir waren vor... Ich dachte, du warst mit Basti in Magdeburg bei Fübs Aspen. Das war der zweitschönste Tag in meinem Leben. Aber der erstschönste Tag in meinem Leben, da waren wir beide mit Joko, weil aus irgendwelchen verwinkelten Gründen, die man bei Joko immer alle nie so genau weiß, wie da was zum anderen kommt, hat er uns auf einmal angesprochen in der Neo-Paradise-Reaktion, wollt ihr mit zum Champions-League-Finale? FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Und da haben wir gesagt, ja, wir wollen mit. Und ehe wir uns versahen, saßen wir im Flieger nach London. Dort fand es statt, war auch eine Sensation, zwei deutsche Mannschaften im Finale, das passiert nicht allzu oft. Und ich versuche, den Fußballteil ganz, ganz kurz zu halten. Klaas, du interessierst dich ja dafür nicht. Du kannst dich aber reinversetzen, wie hier jetzt gleich die Blaupause eines kleinen Jungtraums entsteht. Ja. Und wir hatten einen ganz tollen Tag in London, denn aus irgendwelchen Gründen war das so ein Paket. Also man hatte nicht nur die Karten, sondern da war irgendwie so ein ganz feines Mittagessen noch dabei mit Rinderfilet und zehn Flaschen Wein, die wir da schon in der Rübe hatten. Dann auf einmal standen wir da vor diesem Landenei, also diesem Riesenrad und haben dann da irgendwie noch ein Champagner gesoffen und sind da mitgefahren. Man wusste immer alles, es war alles so schön, dass man alles nicht mehr sortieren konnte. Nee, du kannst nicht mehr sortieren, weil du ganz viel Alkohol gesprichst. Auch deswegen, aber das spielt alles keine Rolle. Das ist ja auch ein ganz großes Puzzlestück, warum alles so schön war. Also zehn Flaschen Wein, da ein Champagner und London, mir kamen die Tränen des Glücks. Dann gab es noch so Tea Time. Dann haben wir da so Kekse und Kuchen und Tee, also alles so schön. Das Beste aus der englischen Kultur und Fußball. Und dann sind wir so ganz bodenständig mit der U-Bahn da ins Stadion gefahren und Joko hat erzählt, also pass auf, jetzt kann ich es ja sagen, also wenn Dortmund heute gewinnt, dann gehen wir da auf die Party. Ich habe da was geklärt. Ach super, dann sind wir heute für Dortmund, weil wir sind ja weder Bayern noch Dortmund fan, war alles egal. Und haben dann die Dortmunder auch angefeuert und so. Kurzerhand war dann klar, die verlieren. Dann waren wir irgendwie Bayern-Fans auf einmal, weil Joko sagt, ich gucke mal, ich schreibe dem Mario Gomez mal. Und wir so, hey Bayern, super. Und dann sind wir in irgendwie so eine Rooftop-Bar in London City wieder gewesen, haben dann da irgendwie, keiner wusste immer warum alles, was hier das passierte. Haben uns da auch irgendwie ordentlich einen reingestellt. So ein Abend wie so eine Wasserrutsche. Wirklich. Und dann war da Paul Kalkbrenner völlig neben der Kappe, würde ich mal umschreiben, hat dann da irgendwie rum, ist da rumgegeistert und wir dachten so, das war ja schon der Abend unseres Lebens. Und dann hat Joko gesagt, der Mario Gomez, der würde so heimlich uns so Bändchen rausschummeln, wenn wir jetzt zum Bayern-Hotel fahren. Dann sind wir zum Bayern-Hotel gefahren. Und so wie es sonst unser Redaktionskollege Thomas Martins macht, dass man so ein halb zerschnittenes, heimlich zugeknotetes, in die Uhr und ins Hemd gesteckte Band an zehn weitere assige Freunde so verteilt, damit die alle irgendwie reinkommen, kam der echte Mario Gomez, der gerade Champions-League-Sieger geworden ist, raus. Und er meinte, ach ja, pass auf, wir dürfen es nicht sagen, der Kalle darf uns nicht sehen, der Rummenigge und der Hoeneß, die sind da auch, die sind gerade beschäftigt. Ich habe euch hier mal so ein Band dran. Das macht er einfach dran und dann geht er selbstbewusst durch. Und dann hat er uns da die Bänder rausgeholt. Weiß man noch, der hat es so vorgestellt, hat gesagt, hallo, ich bin der Mario. Ich bin der Mario, ja, Und wie so, äh, äh, Mario, komm, der echte. Und der so, äh, zack, zack, super lieb, super nett. Und dann sind wir da reingeschlossen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ein Festsaal und mit einer kleinen Bühne, äh, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger tanzen so, die Unterhose auf dem Kopf, wo wirklich Rambazamba, da stand Kai Pflaume und hat irgendwie ein Bier getrunken, mit dem Papst gefühlt, ne, und dann irgendwelche anderen, und wir standen einfach in den Bayerns, da, da, der Robben, da, der Ribéry, noch ein Foto mit denen gemacht, äh, dann, ähm, ist etwas sehr, sehr Peinliches passiert. Etwas sehr, sehr Peinliches. Neuer? Der Neuer-Incident. Da, ähm, Manuel Neuer. Manuel Neuer, da habe ich beschlossen, ich hole uns mal einen Gin Tonic, nachdem wir erst noch diese ganzen Eindrücke irgendwie versucht haben zu verdauen. Und vor mir drehte sich an der Bar Manuel Neuer mit seinen Getränken so in mich rein um und dann habe ich den so angestanden und habe gesagt, gutes Spiel. Und bin dann weitergegangen. Also das Schlauste, was mir eingefallen ist, ist, war zum Welttorhüter Manuel Neuer zu sagen, gutes Spiel. Und der hat dann so geguckt, mhm, und ist weitergegangen. Ja, das war doch ein gutes Spiel auch. Ja, aber man sagt doch nicht, gutes Spiel sagt man nicht. Er hat Manuel Neuer gelobt. Gelobt. Ja, als wäre es der Vater da in der Zehnung. Dicker, besoffener Mann mit zehn Flaschen Wein darüber sagt dann, gutes Spiel. Also da werden nämlich Tränen der Rührung gekommen sein. Ich denke nicht. Und jetzt ist das passiert, was diesen Tag zum schönsten Tag in meinem Leben gemacht hat. Auf einmal ist der Champions-League-Pokal, der echte Champions-League-Pokal nochmal so durchgegangen. Jeder Bayern-Star nochmal den hoch und Robben da die Bude gemacht, das Ding nochmal hoch und so, ne. Und irgendwie haben wir unsere Schmiergriffe an diesen Pokal gekriegt. Nachdem Joko so Bilder gemacht hat, wo er den so auf den Kopf gestellt hat und so dämlich gegrinst hat, hatten auf einmal Schnitz, Schmitti und ich dieses Ding in der Hand, ne. Ja. Und wir haben nichts dafür gemacht, nichts dafür gemacht. Wir hatten den Champions-League-Pokal. Wir hatten den Champions-League-Pokal und dann haben den hochgeregt. Es gibt noch ein Foto, das können wir vielleicht in dem Zusammenhang nochmal hochladen. Und wir waren die zwei glücklichsten Herren auf der Welt und wir sind dann in unser kleines Bums- und Schmierhotel so ibis auf Englisch 60 Euro die Nacht gefahren und der Taxifahrer, dem haben wir nochmal den ganzen Abend erzählt und der konnte es nicht glauben. War der schönste in meinem Leben. Siehste. Der war begeisterter davon als du. Na, ich bin da, also weiß ich, ich gönne euch total eure Freude und ich kann mich ja auch daran noch erinnern, da habt ihr mir ja schon damals irgendwie drei Wochen von erzählt und so. War so schön. Dieses Foto, weiß ich auch, wie das aussieht, wie ihr da guckt, wie so Neunjährige, die irgendwie was geschenkt bekommen. Naja, ihr seid dann einfach sehr gut, also wie sehr betrunkene Neunjährige seht ihr aus. Aber ihr seht auf jeden Fall, kommt euch das Glück aus jeder Pore geschossen. Jede Zelle eures Körpers war glücklich, hatte man den Eindruck. Und das gönne ich euch und das ist total schön und es gibt ja auch mal genug zu meckern, wenn man einfach mal sagt, das war schön, das freut mich ja auch. Ich weiß aber auch, wir sind da rumgelaufen wie Falschgeld und ich erinnere mich bis heute an den Blick, es gab Franck Ribery und wie heißt der Holländer? Arjen Robben. Arjen Robben. Die saßen da nebeneinander und die haben sich so so ein bisschen miteinander geredet und haben da bei uns angeguckt. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, Alter, die wissen, dass wir hier jetzt nicht die Sportler sind, wir kommen auch nicht aus dem Medizinstab oder so. Die lassen uns gleich rauswerfen und ich sag mal, der Ribery, der sieht ja auch ein bisschen gefährlich aus. Der sieht ja ultra gefährlich. Und die Familie von dem auch. Also wir hatten Angst, dass wir dann aus dem Hock kriegen. Sind die, sind das so eine Flauters oder was? Nee. Also ja. Ja? Ja. Wir hatten auch so einen Bruder, der sieht auch so aus wie er und die, aber mit mehr Muskeln. Ah ja, okay. Also ganz sympathische, normale Leute. Sympathische Truppe. Sympathische Truppe. Aber es ist ja sowieso immer witzig, wenn so, oder was ich lustig finde, ist, wenn so verschiedenste Prominente, die man jetzt gar nicht so zusammenbringen würde, du hast gerade gesagt, hier Kai Pflaume und der Papst oder sonst wer, so ne, das denkt man, das ist ja... Aber Kai Pflaume war wirklich da. Ja, ja, klar, der ist ja immer da bei sowas, ja. Fliegt ja auch mit den Bayern tatsächlich dann mit dahin und so. Ah, da beneide ich ihn sehr drum. Ja, irgendwie hat er sich da reingegentschert und darf dann ja immer mitmachen. Aber es ist ja auch so, dass manchmal gibt es so Veranstaltungen, da schafft man ja gar nicht eine ganze Runde, man weiß, hier sind sonst was für Prominente und man weiß gar nicht, wer alles. Ist auch eigentlich egal, so. Und dann sind manchmal so witzige Kombinationen, die man dann auch wieder vergisst, wenn man selber auch nur so rumläuft. Und ich war zum Beispiel, einmal hat zum Beispiel Mark Tavassol, hat einmal James Blunt gerettet vor so einer Truppe, die rund um Bushido mal da war und hat so getan, als wäre er sein Manager, weil auf dem Klo wurde James Blunt von denen vollgelabert, bis zum Gehtnichtwende stand so mit dem Rücken zur Karnebant und dachte, what's going on hier? Und dann ist Mark reingehaut und hat gesagt, James, we gotta go. Und hat einfach so aus dem Nichts getan, als wäre er James Blunt Manager und hat ihn damit gerettet und hat dann ihm so nur verbindlich, Gentleman's Agreement mäßig die Hand geschüttet und gesagt, thank you, mate. Und war dann weg. Und da habe ich auch mal gesehen, tatsächlich am selben Abend, das war beim Echo, glaube ich, da standen nebeneinander am Pissoir Christian Wulff und Bushido. Und ich komme rein. Hast du selber gesehen? Ja, ich habe es selber gesehen. Ich habe die beiden gesehen und ich dachte, das ist ja kurios, keiner von beiden weiß, wer der andere ist. Keiner weiß, wer der andere ist. Das ist total witzig. Damals war Christian Wulff, glaube ich, noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Ach Leute, ich habe noch so viele Themen und leider ist die Sendezeit vorbei. Ja, so ist es. Aber du, vielleicht ist der eine oder andere auch ganz froh drum, dass man die Themen dann doch auf mehrere Wochen verteilt. Was habt ihr denn am Montag bei Late Night Berlin zu bieten? Da haben wir eine Menge zu bieten. Es kommt unser guter, geschätzter Freund Micky Weisenherz. So ist es. Der nun immer interessante Gedanken zur Lage der Welt hat. Deswegen finde ich ihn tatsächlich, der hat ja seine Kolumne und so und alles, was aktuell so passiert, finde ich, ordnet er sehr gut ein, sehr lustig dabei auch und ist ein sehr guter Freund und ich freue mich sehr, dass er kommt und er ist ja immer mal wieder zu Gast, gehört zur Familie und da gehört er auch völlig zu Recht rein, weil er ein super Typ ist. Und du und Stefanie Hertel, Volksmusik, Legende, Stefanie Hertel, ihr habt Senioren glücklich gemacht in dieser schweren Zeit. So ist es. Wir haben den Mitbewohnern eines alten Stifts hier in Berlin ein Konzert dargeboten, in dem wir mit einem großen Bus, wo oben eine Bühne drauf ist, direkt vorm Altenheim geparkt haben und da hat Stefanie Hertel hat vier oder fünf Songs gesungen für die, die standen alle am Fenster, soweit es der Luftzug zuließ und es wurde offenbar getanzt und sich gefreut, eine Frau wurde 100 Jahre alt an dem Tag und da haben wir noch ein Geburtstagsständchen gesungen, damit also zwischen Kuchenessen und Mittagessen und Abendessen mal ein bisschen was los ist, damit man was hat, an das man sich erinnern kann, auf das man sich freuen konnte. Wir haben das angekündigt, die Überraschung ist nämlich besser am Altenheim, dass man Überraschungen vorher anmeldet. Da wurde überhaupt keiner verarscht, es war nicht irgendwie komische, zynische Gag-Kram, es war einfach nur schön und das hat mich ganz zufrieden gemacht. Also wenn das nur halb so rührend ist, wie ich mir gerade vorstelle, dann... Das können wir uns am Montag alle gemeinsam anschauen bei Late Night Berlin und noch mehr, also irgendwie, es wird auf jeden Fall eine Menge passieren, ich freue mich auf die Sendung, die machen natürlich unter anderen Umständen, aber die machen momentan trotzdem viel Spaß und ich hoffe, das geht den Leuten vom Fernseher auch so. Also wir sind da mit viel Freude mit dabei und schauen mal mit den Möglichkeiten, die wir momentan haben, dass wir da gute Shows machen und so und irgendwie kommen wir doch durch diese ganze Kackzeit irgendwie durch, das kann man ja auch mal sagen, diese... Irgendwann wird dieser Corona Mist vorbei sein, das weiß man eben auch, wann genau, kann man nicht sagen, aber wir schauen da jetzt mal hoffnungsvoll und positiv in den Tunnel rein und sehen da hinten schon so ein bisschen Licht aufblitzen und irgendwann wird er vorbei sein und mit der Gewissheit, glaube ich, lebt es sich doch ein bisschen einfacher. Am Montag wird es auf jeden Fall bei Late Night Berlin wieder Spaß geben. Jede Menge Sprass. Wie der Typ vom Girls Camp mal gesagt hat. So, Leute, das war Late Night Berlin. Du merkst ja deine ganzen Themen für nächste Woche, die kannst du dann rausschießen wie ein Vulkan, wie eine Lavabombe an Gags. Wir fragen dich ab. Wir fragen dich ab. Musste das jetzt auch sein. Ja, das... Wirklich, ich habe gerade so etwas Schönes gesagt, da machst du so einen Furz da noch rein, du Idiot, ey. So, also, tschüss Jakob, ne? Oh, ihr seid so richtige Kinder, ey. Und du wunderst dich, dass du nur eine Stimme kriegst mit deiner Toilettenspielung. Komm, drück noch einen. Ich arbeite an der zweiten, ey. Wann, wann, was machen wir denn hier? Nein. Jo, auf Pro 7. Tschüss.